willkommen hier nahtlos geht es weiter mit dem dritten teil von let's play warcraft 2 wir haben in der vorherigen mission unsere elfenfreunde als verbündete gewonnen und sollen jetzt nun hier ja ein klein stützpunkt errichten und einen hafen und eine ölbohlinsel ich sehe es kommen ich mache jetzt hier die ganze zeit mätzchen und am ende verspreche ich mich dann wirklich so und hier dieser fleck ist keine umweltkatastrophe sondern eine ölquelle mit 130.000 öl nicht schlechter specht ja ja naja und auch hier wieder die bogenschützen als scouts ein bisschen besser einzusetzen als die normalen soldaten weil sie einen um einen punkt höhere sichtweite haben und oh no ach komm so wo ist mein freund der orc morg der orc hallo ja 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 so mist gleich schon mal alle einheiten verheizt das war jetzt natürlich suboptimal aber egal dafür können wir jetzt hier mehr arbeiter rekrutieren damit dann der ressourcenabbau ein wenig schneller von starten geht wie viele einheiten können wir ja noch noch zwei also machen wir uns hier mal vier arbeiter und momentan kommt es ein bisschen mehr darauf an hier gold abzubauen als holz abzubauen deswegen ich jetzt hier den holzhacker hier noch einmal eine fuhre zum rathaus bringen lass der hackt aber ganz schön lange jetzt gleich wieder raus und baut jetzt auch hier in der mine gold ab werden dann auch bald schon bin ich anne da ist ja noch ordentlich was zu holen hier in der mine machen wir gleich noch ein aber können wir nicht können wir nicht wir brauchen mehr bauernhöfe okay das lasse ich mir nicht zweimal sagen wir machen noch einen zusätzlichen bauernhof bilden dann ein zwei weitere arbeiter aus damit hier die wirtschaft ein bisschen damit ein bisschen zug drauf kommt und wir den orcs ein bisschen hier das leben zur hölle machen können na komm schneller machen ich hatte schon damals immer das bedürfnis zu gähnen wenn ich so ein arbeiter angewählt habe zu diensten so es läuft doch es läuft doch schau mal wie ihr das geld rein plätschert ist das nicht ehrlich so so du bleibst mal kurz da was machen wir damit die mit dir bauen wir uns hier ein ein sägewerk natürlich gleich hier schön an den waldrand damit die wege ein bisschen kürzer sind und ich glaube im sägewerk konnte man auch die bogenschützen upgrade wenn ich mich recht erinnere das ist jetzt so eine art blindes retro let's play weil ich jetzt wirklich ich habe das spiel seit ich will jetzt nicht übertreiben aber seit ungefähr 20 jahren nicht mehr gespielt lass es 16 oder 17 jahre sein ganz egal aus es einfach zum einen ist es wahnsinn was man noch alles weiß manches vergisst man doch einfach aber die ganzen geräusche es ist die erinnerung kommt einfach wieder es ist so schön jetzt können wir auch komplexe gebäude bauen zum beispiel einen hafen nice ah guck an guck an jetzt kriegen wir hier sogar ein viertel mehr holz als wenn wir nur ganz normal die arbeiter des holz ins rathaus bringen ließen so diensten dann noch hier einen dritten hof und ich hoffe die orks greifen jetzt noch nicht an dass da jetzt kein so ein gescripteter angriff kommt sondern dass wir uns jetzt vorerst mal in ruhe lassen wir werden jetzt hier auch ist noch ordentlich was drin aber wenn das so weitergeht wie wir hier so so tüchtig alles abbauen dann wird sich auch diese goldquelle oder diese diese goldmine bald dem ende entgegen neigen zumal wir ja hier auch noch eine kaserne brauchen und diesen kampfkraft plus eins acht zu wenig holz kommen müssen wir noch einmal abwarten und was macht unsere kaserne die ist auch schon mehr als zur hälfte fertig auch die musik die bringt so richtig heroisches flair mit rüber wunderbar das wird jetzt dann richtig teuer ihr soldaten und botenschützen auszubilden und einen arbeiter noch dazu jetzt machen wir erstmal ein paar soldaten zeichnen quickie für die kaserne anscheinend nicht also wo ist denn mein 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 ich hätte gedacht ich hätte hier schon einen auftrag gegeben und der wo ist der 10 mein soldat was soll ich tun ja du haust jetzt richtig der orks auf die schnauze junge aber wenn du meinen kaffee anpackst ohr junge dann dreh dich dir die fiese fresse aus der schnauze was soll ich tun wie sie wünschen wie sie wünschen was soll und natürlich brauchen wir jetzt noch bogenschützen dazu bald dürfte jetzt auch hier die die mine kollabieren und in sich zusammenstürzen was kann ich tun ja ich glaube man konnte damals schon mehrere einheiten anmelden steuerung 1 hm testenkürzel hilfe lass mal gucken ach ja ok also umschalt f2 konnte man die karte an position 1 und 2 und 3 speichern ok das ist ja schon mal gut ok tabulator schalter mini karten modus das werden wir dann doch gleich mal ausprobieren tabulator schalter für mini karten damit kann man sich den hintergrund sozusagen ausblenden lassen wie ich jetzt finde eine ziemlich sinnlose funktion jetzt haben wir mal umschalt f2 und wenn ich auf f2 drückt bumms bin ich wieder da das ist gut so mag ich das zu wenig nahrung na gut dann ziehen wir hier mit unseren 5 campen mal Richtung dieser goldmine und wo ist der orc morg der orc jawoll da machen wir doch gar nicht lange rum ja ja oh oi ja 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 scheint nicht sehr also ich glaube die die neigung zur desertation ist bei den elfen dann doch ein bisschen höher ne so wie sich das hier anhört und habt ihr dieses rumpeln gerade gehört im hintergrund oh oh guck mal hier das war nichts anderes als unsere goldmine die da gerade kollabiert ist in sich zusammengestürzt ok gut jetzt haben wir hier unsere eigene insel schon mal fast zur genüge erkundet das heißt wir müssen jetzt hier rüben am besten noch ein rathaus errichten weil sonst laufen wir uns ja hier halb kaputt ach darf nicht zu nah an einer goldmine liegen ja mi 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 Junge so dann baust du uns hier mal noch ein weiteres rathaus ihr hackt fleißig holz du baust uns mal einen hafen und zwar hier hin weil ja weil ich sag na komm zack da kann man nämlich hier gleich da gibt es bestimmt immer so ein tankerschiff so na schau mal was es hier oben noch so gibt ah ja so der zerstörer hat aber natürlich deutlich mehr büms als so ein einfacher daher gelaufener troll was ich ganz gut finde aber auch nicht deutlich mehr reichweite da hätte ich mir jetzt andererseits ein bisschen mehr oh was haben wir hier ah ein paar höfe da warte ich mal noch ein bisschen sehr gut weitermachen okay dann nehmen wir dich noch mit und na 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 hm ja ok war jetzt ein bisschen umständlich machen wir hier mal einen Öltanker zu wenig Nahrung schon wieder Ajoey dann mal noch einen Hof zusätzlich und hier kann man gleich noch zusätzlich doch was war das Kompositbogen oder irgendwie sowas die Kampfkraft der Bogenschützen weiter erhöhen wo ist mein Öltanker ach ja konnte ich nicht bauen wegen wegen Höfen und so ne ja 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 ich bin schon wieder total verwirrt und ich glaube ich habe einfach zu viele Arbeiter rekrutiert oder die wie ich gehe jetzt hier mal ein kleines Risiko ein und fahre hier zu den Höfen hin und gebe jetzt hier mal ein bisschen Büms auf die Höfe und baue einen Ölbohr-Turm. Hier mitten hinein ins schwarze Gold. Ja, ist klar, im Mittelalter. Zumindest bei Orks und Menschen. Da gab es natürlich Ölbohr-Inseln. Ist natürlich nett hier. Die paar Flammen hier so richtig schön obendrauf gesetzt. Aber sieht glaubhaft aus. Sieht eigentlich besser aus als die Flammen größtenteils in Diablo 1. Nicht Diablo 2, Diablo 1. Diablo 2 war damals noch weit, weit von der Fertigstellung entfernt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich weiß gar nicht genau. Moment, jetzt muss ich überhaupt erstmal schauen. Was sind denn die Missionsziele? Einen Hafen bauen, vier Ölbohr-Türme errichtet. Ah, vier Stück gleich. Okay. Ja, dann. Da werden wir uns jetzt natürlich mal hier die Seehoheit unter den Nagel reißen müssen. zu Befehl. Nichts wie weg. Nichts wie weg. Au. Käpt'n auf Brücke. Und ein weiterer Zerstörer, Käpt'n. um uns hier die Seehoheit zu sichern, ist natürlich wichtig. Und da kommt gleich mein guter, guter Freund, möchte ich sagen, Mav, bei dem es gerade nicht so gut geht. Ich stream nämlich gerade auch bei Twitch. Wer möchte, kann mir natürlich auch folgen. Ich, ähm, ich pack einfach einen Link in die Beschreibung. So. Berichte mir hier noch einen Tanker. Und schau mal, wo jetzt hier... Oh, oh, oh. So. Ja, ja. Das macht aber gar nichts. Komm, komm, komm. Die lassen sich aber ganz schön bitten hier. Wo war jetzt hier? Jawohl. Können wir hier gleich noch einen Ölbohrturm errichten. Den hier einreißen. Und da ist mein Zerstörer schon fast wieder über den Jordan gegangen. Das ist natürlich ungut. Muss hier nur kurz raus-tabben. Oh. Mav, ich hab, ich hab tatsächlich gewartet, aber... Weil Mav ist derjenige, der mich, äh, mit, mit Warcraft 2 wieder angefixt hat. Und auch den grandiosen Diablo 1-Mod, ähm, ja, mir, ich, wie soll ich sagen, äh, empfohlen hat. Ich hätte fast aufgedrängt gesagt, immer im Gegenteil. Es war, es war schon ich, der da ganz, ganz, äh, glasige Augen bekam beim Gedanken daran. Und ja, das sollte ich tatsächlich mal einstellen. Ich muss mal gucken. Äh, ich werde allerdings diese ganzen Missionen und so weiter, die ich jetzt hier gerade aufzeichne. Ähm, werde ich bei YouTube hochladen, damit da jeder was davon hat. Weil ich glaube, es gibt, gibt kein zweites Mal für den ersten Eindruck, ja, oder für den, ja, einfach für den ersten Eindruck, so ein Spiel nach so langer Zeit wieder zu spielen. Und das, das wollte ich einfach gleich ja, gleich wieder einfangen. Oh mein, schau, auch nett. Hier, wenn er, wenn er voll ist, wenn er voll ist, dann ist da diese, diese kleine, ja, wie soll ich sagen, dieses kleine, äh, Füllfenster hier oben ist dann schwarz, wenn er gerade mit Öl geladen ist. Und wenn nicht, ja, überraschend, ne, dann nicht. Halt! Käpt'n Lurchi. So. Ich muss hier immer ein bisschen, äh, herummodeln. Ich strahle gerade ein wenig. Oh ja, das, das tue ich in der Tat. Ah, komm, nein, nein. Jetzt gibt's Kontra hier. Und hier, sobald der Ölbohr-Turm errichtet ist, wird natürlich die Mission abgeschlossen. und vielleicht schaffe ich's noch hier die Raffinerie. Ah, wir hatten gar keine Raffinerie. Schau, schau, konnten wir die überhaupt bauen? Oder war ich da jetzt einfach, nee, konnten wir gar nicht. Gut, weder bei den einfachen noch bei den fortgeschrittenen Gebäuden können wir in der dritten Mission eine Raffinerie bauen, aber zumindest die orkische Raffinerie können wir einreißen. Very nice. Und auch die dritte Mission haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und haben uns jetzt natürlich ein Siegbildschirmchen verdient. Haufenweise Gold, Holz, Öl, Tötung und Zerstörung gehen auf unser Konto und mal sehen, was jetzt von uns in der vierten Mission erwartet wird. Nachdem das Auffahren von Kriegsschiffen seine abschreckende Wirkung gezeigt hat, sieht Admiral Proudmoore nun die Zeit dafür gekommen, den Stützpunkt der Orks ausfindig zu machen. Späher berichten, dass sich diese Basis irgendwo südöstlich von Hillsbred in der Region Zuldair befindet. Zuldair. Eine neue Erfindung aus Lordaeron können sie ja dann zerstört genau na dann schauen wir doch mal dass wir hier so schnell wie möglich tot und zerstört säen in die Herzen unserer Feinde und hier auch hier ziehen wir mal schnell unsere empfänglichen Einheiten zusammen Gold ist am Anfang immer sehr wichtig ich glaube man kann dann später wenn man das Rathaus upgradet wird das Rathaus nicht nur besser gepanzert und hat mehr Hitpoints sondern man kann damit auch mehr Gold dann je Arbeitsschritt fördern oder täusche ich mich da war schon so oder jaja schon lustig wie die Soldaten laufen die watscheln so während hier unsere Arbeiter schon mal die ersten Ressourcen zusammentragen und schafften wir hier schon mal unsere eigene Insel aus damit wir hier das Terror auf dem wir kämpfen schon mal ein bisschen kennen aber falls du dich wunderst warum ich hier immer oben auf die Minimap klickt wenn ich hier auch noch leicht an den Kartenrand komme dann schießt mir das hier gleich in die andere Richtung und also Katastrophe okay wir haben hier also so ein bisschen eine geschützte Bucht möchte ich sagen und brauchen natürlich hier gleich noch ein Sägewerk ah okay also es war unabhängig davon ob man es auch wirklich dann das Gold in das abgegradete Rathaus brachte oder nicht das war dann wurscht Hauptsache eines davon war entsprechend abgegradet was ist denn hier unten noch ihr könnt hier eigentlich auch schon mal ein bisschen kundschaften ich glaube hier habe ich immer so ein Wachtturm hingeb war war was das ist das ist nicht gut das ist nicht gut komm komm weg der lässt sich aber auch leicht locken ja oder super aber nicht mit mir hier nicht mit mir da setzt es gegen Feuer rums ok man muss auch mal ein paar Einheiten hier verloren geben was ist das ah nur eine Robbe ok damit kann ich leben muss sagen es ist jetzt auch ein bisschen eine größere Karte was ist denn Hamachi wenn ich das gerade lese du schreibst dass es da möglich wäre das mit Hamachi ähm zu zocken die 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 so aber wie ich das immer gerne mache ähm schauen wir mal jetzt dass wir hier ein bisschen ein paar Arbeiter rekrutieren die dann hier schön fleißig sind und sich hier genauso doof einmauern dass man nicht mehr rauskommt meine Güte schon mal hier die Bogenschützen upgraden wenn es eigentlich Unfug ist weil noch haben wir ja gar keine Kaserne die Bogenschützen bauen könnte oder rekrutieren ausbilden könnte halt schau dir ihn an den Schlawiner man konnte hier auch schon immer so ein Patrouillen äh genau Modus festlegen da ist dann immer zwischen zwischen mehreren ah Hamachi ist ein VPN Client mit dem man quasi ein privates Netzwerk übers Internet erstellen kann okay das ist nicht schlecht das gefällt mir gut also jetzt errichte ich mir hier mal eine Patrouille oder errichte mir eine Patrouille errichte eine Patrouille ein und zwar du patrouillierst mir hier und du hier aber ich bin jetzt momentan gerade vom Singleplayer noch ordentlich geflasht aber grundsätzlich spricht da natürlich nichts dagegen oh sehr schön den lasse ich jetzt hier ungern allein da machen wir jetzt hier den Ölbohrturm gleich kaputt so mit dem Hafen wollen wir natürlich auch nicht zu lange warten und wenn der Hafen fertig ist bauen wir uns natürlich gleich noch eine Kaserne wer hätte es gedacht was die greifen mich dann an oder was nee 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 das wollen wir nicht machen wir hier den Hafen fertig so EK ist Kaserne bauen oh du mal nicht hier eher du du dann hier oben und schon geht das los nämlich die Patrouille warten wir noch bis der Ander gleich da ist dann kann ich nämlich hier immer eine zueinander versetzte Patrouille machen dass hier meine beiden Zerstörer so ein bisschen rum patrouillieren ja ja jetzt machen wir hier keine Angst so dann bauen wir hier mal zügig ein paar Soldaten ja 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 und hier tun wir uns auch gleich mal wieder unseren Speicherpunkt einrichten ah guck mal hier Ölbohrturm errichten so zack ja ja mach mir nur Angst so Moment jetzt speichere ich hier mal Mission 4 ein halb aber wenn ich jetzt hier vor die Hunde gehe das wäre natürlich auch unlustig was soll ich tun so zack zack so komm 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 mit dir bauen wir nämlich gleich einen einen Dingsbums einen E-H einen Hof den bauen wir lieber auch mal ein bisschen weiter hier alles klar dein erstes Spiel ja es war ich will nicht sagen mein erstes Spiel aber eins der ersten richtigen Spiele das ich gespielt habe wie geht es dir eigentlich du hast ja vorhin erzählt du bist ein bisschen krank ich hoffe das hat sich jetzt wieder ein bisschen normalisiert nach der heißen Wanne andererseits muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein sonst haut es einem da einen Kreislauf zusammen das ist manchmal gar nicht so lustig ich bin lieber Sögel dann richten wir hier mal eine was war das hier ach das war die Raffinerie jetzt errichten wir erstmal eine Gießerei weil wenn wir erstmal eine Gießerei haben können wir Fähren bauen und wenn wir erstmal Fähren haben what kommt drauf puh das war knapp ja nun komm weiter patrouillieren aber schau schau warum patrouilliert er nicht jetzt auch nicht mal warum patrouilliert er nicht weil er beschädigt ist oder was ja jetzt geht's eine Schiffspanzerung verstärken Kanonen verstärken das wird nachher noch Sinn machen aber jetzt bauen wir uns erstmal eine Fähre und noch einen Hof hier so ah da ist ein Grunzer das finde ich natürlich gar nicht gut oh komm das ist wirklich auch lustig wenn die sich hier so selbst einmauern können Skipper komm mal hierher so ach weißt du was machen wir hier mal eine Patrouille dann wird hier gleich mal ein bisschen rumgewuselt zack bämm ey da jawoll half finding dann patrouilliert mal hier Leute na läuft doch so halb wir brauchen jetzt mindestens einen Arbeiter hier jetzt komm du faulschorschi hier gib mal dein Holz ab so halt 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 Räuntchen du kommst jetzt mal hier in die Fähre hinein du auch ja schau wie es hier schon wuselt vor Betriebsamkeit und ich glaube das verkaufe ich jetzt einfach mal als meinen ersten Stoßtrupp und auch gleich hier in upgrade läuft 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 damit das alles hier ein bisschen schneller geht packe ich noch einen zweiten Arbeiter mit rein und versuche hier mal die werde entladen und zwar hier die Goldmini mir hier zu sichern indem ich da mal mein Schiff hier mal abstelle uh jetzt hab ich schon gedacht da kommt ein böses Gegnerschiff aber falsch gedacht ja oder patrouillier mal schiffspanzerung verbessern wir auch noch ja warum auch nicht milord warum auch nicht ja milord milord wie sie wünschen ja alles klar so du fährst mal wieder zurück und jetzt kommt ihr erstmal dran das ist ja jetzt fast ein bisschen doof hier wenn ich jetzt da oben natürlich ein Rathaus errichte dann schießen die mir das vom Wasser aus natürlich gleich weg was soll das ist das jetzt hier nur so eine kleine Goldinsel oder kann man aber sonst sonst kann man hier gar nichts machen okay ich sehe schon aber das macht nichts dann lasse ich hier diese vier Soldaten trotzdem mal als Garnison da was kann ich halt 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 ach und ich kann jetzt nicht ach ich bin zu langsam so du baust mir natürlich hier einen Turm hin und wie wäre es denn mal wenn ihr hier ein bisschen Gold abbaut so ich glaube drei Arbeiter die hier zwischen Goldmine und oh das hätte ich gar nicht gebraucht guckste na komm was soll da geils ja momentan mangelt es uns eher an Holz können wir den kontrollturm gleich noch zum wachturm ausbauen das ist sehr gut was habe ich denn jetzt ich habe doch hier gerade irgendwas irgendwas gehört was ich nicht so gut anhörte es als ob irgendwas in sich zusammengestürzt wäre ja gut wenn es irgendwas ernsthaftes wäre dacht dacht wo denn und was pia mit sushi ich grüße dich schön dass du dich zu mir verirrt hast wir richten auch hier wieder eine patrouille ein wunderbar ich muss nur vorausschicken mein chat funktioniert nicht immer so wie er sollte deshalb nicht wundern wenn ich mal nicht antworte oder verspätet antworte steckt keine böse absicht dahinter auch hier wieder eine goldmine man konnte übrigens tatsächlich goldminen zerstören die hatten nur wahnsinnig viele hitpoints habe ich tatsächlich nicht übersehen aber wie du siehst habe ich es schon auf minimum und das bringt einfach nichts ich kann es vielleicht mal mit der tastennavigation versuchen vielleicht habe ich auch ne ein bisschen besser aber hiervon gut zu reden wäre denke ich übertrieben so oh jetzt rennen wir hier geradewegs in unser einheiten limit ich denke es wird dann aha ich denke den hauen wir jetzt locker flockig weg weil wir ja eine bessere panzerung und eine bessere kampfkraft haben ja also noch mit schauen wir hier eine fähre da würde super mario sich aber ein lachen hier einmal drauf hopfen und ab damit so freunde so freund und kupferstecher genau es gab da nämlich auch schon so eine art ach komm und jetzt hier gleich mal noch nachschauen der zerstörer ist sowieso hinüber so man konnte hier nämlich auch immer so kreise fahren wurde dann nicht getroffen verdammt was hätte ich noch erwischt aber wofür hat man denn so eine armada zack rüber mit dir und du du gehst über bohlen nicht zwar ich bin ich gespannt ich reguliere jetzt noch mal ein bisschen die die cycles runter jetzt geht es so so halbwegs aber immer noch sehr sehr zügig wie ich sagen möchte halt wo ist denn meine fähre und die hatte ich doch also ohne unfug a hier oder das ist nur gut oh du da habe ich gar keine erinnerung mehr dran muss ich gestehen poker ich jetzt und ich glaube ich poker ich setze jetzt hier meine meine einheiten an land und wenn das getan ist lande ich hier an und hol da noch meine vier soldaten und dann habe ich noch mal soldaten im hinterland des feindes und bevor mir jetzt hier irgendwas ganz ganz fies nebenaus geht wird natürlich immer wieder gespeichert und du blokiere mir hier mal nicht den tanker so was stelle ich jetzt mit euch an mit euch machen natürlich randale ist klar so ja so ja 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 da kann ich mich gar nicht mehr erinnern an die ganzen missionen Oh, guck mal da. Ach was. So, jetzt wollen wir uns hier mal ein bisschen Unterstützung auf dem Seeweg in the middle of your face. Komm, jetzt sink halt endlich. Ja, also. Komm. Und nachdem hier die See-Einheiten keine allzu große Gefahr mehr für uns darstellen. Oh, ich schau gleich in den Chat. Was, was, was? So, hier wird jetzt natürlich gleich wieder bei mir weiterer Nachschub produziert. Oh, no! Mist. Und so einem einzelnen Schorschie hier abgemeuchelt zu werden, ist natürlich ärgerlich. Aber immerhin, wir haben noch zwei Einheiten hier. Oh. Na gut. Wo ist denn meine Fähre eigentlich? Ich hab doch hier irgendwo eine Fähre. Da ist meine Fähre. Die hol ich mir lieber da hoch. Oh, Käpt'n! Ja, da bin ich voll in die Falle gelaufen. Ärgerlich. Aber gut, was will man machen? Bisher habe ich da dem Gegner schon mal ordentlich zugesetzt. Und ich hab hier ja auch noch einige Einheiten zusammen mit meinen süßen Knüffel helfen dafür, die Allianz. Und jetzt wird hier schon mal ordentlich produziert. Ja, schlauer als die Geige sein. Vielen Dank für diese wunderbaren Tipps. So. Habe ich hier nicht. Ah, da ist noch ein dritter Zerstörer. Da sieht man auch, wie viele Stufen der schon hat. Stufe 3 in diesem Fall. Das ist eine ganz schöne Menge. Vielleicht fallen wir jetzt einfach mal. Ah, ne. Nee, das machen wir nicht. Komm. So, wo ist meine Fähre? Ja, könnten natürlich, ne. Was ist denn hier los eigentlich? Jetzt kommen Einheiten töten. Nichts wie weg. Oh, ich schau. Schau runterwegs. Schau runterwegs. Da werden die Fähren zerstört. Jetzt bin ich so nah am Ziel, weiß der, da will ich jetzt hier nicht noch Produktionsgebäude bauen. Nee, nee. Da schnappe ich mir hier meinen Patrouillen, Schorsch. Was kann ich tun? Zu Befehl. War das früher auch schon so spannend? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Na komm. Ich glaube nicht, dass die nicht einfach weglaufen ins Land des Innere, sondern hier einfach so eine Kacke bauen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das war noch viel spannender. Zu Befehl. Reicht, Captain. Schau runterwegs. Nota. Halt. Wo ist denn meine Fähre? Hängt die jetzt hier irgendwo? Oh. Na komm. Dann weg hiermit. Ja, 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 ja. Die erste richtige Mission, möchte ich sagen. Und rein ins Feindesland. Holla, holla. Die beiden hier war gar nicht schlecht, ne? Die beiden hier war gar nicht schlecht, ne? Nicht so, Freunde. Der will mich doch hier einfach immer nur weglocken, oder? So, jetzt hier möglichst viel Zerstörung säen. Bevor die merken, dass ich gar nicht so stark bin. Hör, hör, hör. Burn, motherfucker. Burn. Für die Allianz. Ja. Hör, die scheint wirklich verbuggt zu sein. So, jetzt aber. Und damit ist das Schicksal... Hallo! Das Schicksal der orkischen Invasoren endgültig besiegelnd. Bäm! Jo. Puh, die Kaserne braucht aber lange. Machen wir hier mal lieber die wirtschaftliche Versorgung kaputt. Hast du eigentlich auch den zweiten, äh, nicht den zweiten Teil, sondern Beyond the Dark Portal, die Erweiterung. Ei, 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 ei! Nichts wie weg! Zubefehl! Zubefehl! Ich warte jetzt hier einfach, bis von alleine die ganzen Peone abgemeuchelt wurden. Halt, da ist ja noch einer. Jo. Und da ist er schon wieder. Jetzt aber zügig. zu befehl, zu befehl, zu befehl. Nichts wie weg! Für die anderen. Für die andere. Für die andere. Für die andere. Der scheint hier die ganze Zeit nur am Peon bauen zu sein. Jawoll. Vielleicht sollte ich jetzt hier mal in der Zwischenzeit noch ein paar Hanseln rüberschiffen und produzieren. Was? Ach was. Halt, 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 halt. Moment, Freunde. Jetzt hast du es Beyond the Dark Portal deutsche Version. Hast du es noch irgendwo in deinem Fundus gefunden? Man konnte ja trotzdem das Haupthaus fertig bauen, obwohl es angegriffen wurde. Aber es wurde dann halt mit entsprechend weniger Hitpoints fertiggestellt. Hey, Captain! Rumpel die Pumpel! Weg ist der Kumpel! Nee, auf Ebay! Saugeil! 16 Euro. Ich glaube, das sind die bestangelegtesten 16 Euro, die man sich nur denken kann. So. Jetzt beschleunigen wir die Sache hier vielleicht mal ein bisschen noch. So, ihr drei und du Lümmel. Mein Herrscher? Ja, bitte. Ja, bitte. entladen. Das fände ich gut. Das fände ich bringen. Was war's? Angreifen hier. Ja, ja. Komm hier, angreifen. Hey, 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 Freunde! Hey! Jetzt machen wir hier erstmal die Kaserne kaputt, dann können hier nicht immer wieder neue Einheiten produziert werden und mich hier ärgern. Hey, 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 das wird ja viel länger als gedacht hier, die vierte Mission. Dauert das jetzt tatsächlich schon eineinhalb Stunden? Hey, 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 hey. Aber jetzt haben wir den Lurchi dafür gleich. Die Zeit drängt. Das sagt er doch auch manchmal, oder? Oder waren das dann diese besseren Bogenschützen? Die Peons, die schauen irgendwie so nett. Aber viele der Sounds, oder manche der Sounds haben sie ja auch in Warcraft 3 oder auch in World of Warcraft übernommen. Schon unterwegs. Oh. Also so ein bisschen aggressiver vorgehen könnten die dann doch manchmal. Aber nun gut. So, und? Ach ja, hier haben wir auch noch jemanden. Ja, ich glaube, das rentiert sich dann fast gar nicht, dass ich da meine Fähre noch runter schicke. Aber nun gut, komm. Was soll der Geiz? Jetzt haben wir schon die Fähre. Komm, schneller fahren. Ich muss ja mal ein bisschen den Kopf knacken lassen. Das ist nämlich äußerst entspannend. So, und jetzt? Gewonnen, oder was? Ach, komm. Und wir schicken jetzt einfach mal noch unsere unsere Boote hier hinten hin. Vielleicht gibt's hier ja noch was zu holen. Wenn nicht, dann dürfte sich jetzt relativ bald hier der Siegbildschirm einblenden. Oh, nee, nee. Scheinen sich noch irgendwelche versteckt zu halten. Oh, wo sind sie? Ich krieg euch. Ich krieg euch alle. Ah ja, guck mal hier. Blub, 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 blub. Reicht, Käpt'n! Reicht, Käpt'n! Reicht, Käpt'n! Reicht, Käpt'n! Äh, Käpt'n! Reicht, Käpt'n! Reicht, Käpt'n! Reicht, Käpt'n! Jetzt lass mal gucken, nicht, dass ich hier wieder irgendeinen Unfug mache. Szenario-Zielvorgabe. Die Org-Basis zerstören. Habe ich hier irgendwo noch ein Gebäude übersehen, oder was? Tja, es scheint fast so. Ah, jetzt hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mission 4 1,5 und Mission Halt. Und Speichern. Ein Infantalist! Ja! Und der Blackrock-Clan hat ordentlich auf die Mütze bekommen. Mehr Tötungen und natürlich viel mehr Zerstörrk als der Gegner. So, und mit diesem Teil von Let's Play Warcraft 2 verabschiede ich mich jetzt erstmal. Zumindest aus dem Stream. Und ansonsten einfach beim nächsten Teil weiterschauen, um zu sehen, wie denn hier die nächste Mission abläuft. Na komm, einen kleinen Vorspann schauen wir uns noch schnell an, oder? Na dann. Gucken wir mal, was da so von uns verlangt wird. Oh, zweiter Akt. Kasmodan. Oh, mit Zwischensequenz. Ist das jetzt gut? Waren das jetzt orkische Festungen, oder? ...der Küste Lordaeron's vertrieben worden ist, haben ihre Soldaten die Ortschaften Hillsbred und South Shore bis auf die Grundmauern verwüstet. Oh, die Schweine. ...eindrucksvollen Siegen über die Horde entsendet das hohe Kommando nun sie und ihre Truppen zum hauptsächlichen Kriegsschauplatz. Ja, natürlich. Die Reitkräfte von Stromgard und Kul-Terrass sind entlang der Nordgrenze von Kosmodan stationiert, um den Vormarsch der Orks ins südliche Lordaeron aufzuhalten. Ein orkischer Vorposten hat sich bei den Ruinen der antiken Zwergenstadt Dunmordr eingenistet und wiederholt den Truppen der Allianz erbitterten Widerstand geleistet. Sie müssen die Burg auf der nahegelegenen Insel bei Trollbarath zurückerobern und dann den Vorposten attackieren. Uiuiui. Das hört sich nach einer umfassenden Mission an, die wir... Moment. ...die wir wann auch immer natürlich erledigen werden. Bis dahin. Bleibt mir treu und schaut wieder rein. Erst mal speichern. So, ist das jetzt hier Mission 5? Ich speichere einfach mal die Mission 5. So. Uh, es geht schon los. Dann. Jetzt aber, jetzt aber wirklich. Also. Bis im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.